... würde ich sagen. Mann, es ist ein Koffer. Die schöne Leuchtturm ist so ein guter Landesgott zum Anfang. Weil da ist man meistens ungesstört. Hier sind auch in der Nähe sehr viele Häuser. Da kann man nur bluten. In der Nähe ist auch gepfart. So, so hoch. Oh, was ist dein Ohr? Nein, mein Fuß und mein Ohr. Mein Fuß fliegen. Sascha, mir wurde heute ein Zahn gezogen. Aua. Engel wurde vor ein paar Wochen auch geblieben. Ja, klar. Meinerweil, der schon ein Jahr gewackelt hat. Ja. Und ich bin da hinterher noch ein anderer Zahn gesetzt. Hat jemand an... Nee, ich habe eine Kiste. Aus der Kiste habe ich einfach eine lila Niska. Ich kann die auch machen. Sascha, willst du ein Mini? Äh, ich habe einen. Ich habe einen. Okay, welche willst du? Guck mal, was ich aus einer normalen Kiste gekriegt habe. Einfach eine lila Niska. Was ist meine einzige Waffe? Meine ist eine grüne Eier. Habt ihr schon mal erlebt, dass ein Shark in der Zone ist? Nee. Ich würde sagen, wenn jeder so zwei Waffen hat, kann ich in die Zone gehen. Dann können wir doch zum Shark erstmal gehen. Nee, da ist es zu gefährlich. Und vor allen Dingen, da können wir sehr leicht gekillt werden werden, wenn da welche sind. Oh, das ist ein XP-Punkter. Weißt du, hier? Ähm. Ich habe für jemanden von euch eine Waffe. Gleich. Nee, ich habe hier... Einer... Ja, reicht mir eigentlich. Lass mich. Ja. Ja, lass mich looten. Da war der Kollege schon. Wir sind drüben bei den Häusern. Ah. Aua. Und ich... Ich habe mir wehgetan. Ich habe 100 Leben. Also ich habe kein Leben mehr für die Spente. Ich habe Verbände. Keine Sorge. Oh man. Ah, ich bin gerne reich. Axt-Stue. Axt-Stue. Oh, los. Axt. Axt. Braucht jemand eine A-R? Nö. Welche Farbe hast du? Welche Farbe hast du für A-R? Grün. Aber ein Salvensturmgewehr. Äh, und welche Farbe hast du? Ich habe auch eine grüne. Okay, wer möchte kann ich... Bist du eine A-R oder ein Salvengewehr? Ich habe beide. Äh, wer die hier möchte, der kommt zu mir. Sascha? Ja. Au, ja. Im Blau. Sehr schön. Das ist... Dank mir. Sag zu mir danke. Danke. Weil ich die Frau gegeben habe. Ja, und ich habe es den Sascha gegeben. Also mir danke, weil ich es gefunden habe, weil ich schon eine Lina in der Ska habe. Bento und ich haben Theo... Ne, ich habe mehr Leben als Bento. Ich habe so einen Krampf entzündet. Wir müssen in die Sohn, Leute. Na. Haargleich. Ach ja, das war der Geheimraum. Ja, bitte, trinkst du eine. Lassa, willst du die? Ne Blaue, jawoll. Wow, wow. Und warum darf ich meine Lina nicht? Ich glaube nicht. Oh, da kam nichts Besonderes raus. Lassa, man sonst den besten Lina nicht gebe. Aber egal, ich bin Irrenmann. Braucht es alles nicht. Ich habe auch Krödergranaten, falls wir Hilfe brauchen. Ja. Was sagt man jetzt lustig? Vereine dich, du Irrenmann. Oh, ich bin Benzi, ich bin da alles lustig. Ich, 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 ich. Warte kurz. Denn Lila, komm mal zu mir. Wenn du Deutsch bist. Der kann ich nicht hören. Wenn du Deutsch bist, dann tanzt, wenn du, wenn du Deutsch bist, dann tanzt mal. Wer glaubt, dass er Deutsch ist? Ich habe dir gesagt, und ich habe dir gesagt, er kann nicht hören. Ja, trotzdem. Hey, Purple Man, can you England or German? Oh, lecker, lecker. Er hat Sprachfett aus, das weiß ich nicht mehr. Ich fülle gerade ein. Oh, ein Pumpenbund. Lila, ne. Ähm, nochmal Sprachfett aus. Wenta, hast du vielleicht Pumpenbund für mich? Hat jemand 300 Holz? 300 Holz. Ja. Paul? Paul, hast du 300 Holz? Oh, nee, wieso? Ich habe welche. Bist du Deutsch? Kannst du mir gehen? Wenn du Deutsch bist, dann tanzt mal. Wenta, kannst du mir deinen Pumpenbund geben? Wollen wir uns den Helikopter holen? Oh, der wurde schon geholt. Der ist nicht der Helikopter. Okay. Dann ist mein Plan aufgefunden. Warte, was? Was? Mach nochmal, mach nochmal, mach nochmal. Er kann, er kann uns nicht hören, Benta. Ja, warte, trotzdem. Warte, ich weiß nicht, was er meint. Warte, mach nochmal. Okay, ich habe eine gute Ausrüstung, könnte ich sagen. Oh mein Gott, ich habe eine goldene Granate. Oh mein Gott, ich habe eine goldene Granate. Ja, ist so cool. Find ich auch. Vielleicht sollten wir in die nächste Zone. War nur so ein Vorschlag. Ich habe erstmal ein Tor geschossen. Wenn es noch geht, kann man es machen. Guck mal, die looten ein Haus nicht richtig. Wir haben eine spezielle Kiste vergessen. Die offensichtlich ist. Sollen wir gleich ein Boot benutzen? Warte mal. Oh, das steht doch nicht auf. Wir haben doch alle Teilen in den Zahlen. Ja, das los geht in die richtige oder nicht richtige Richtung. Halt hier. Nicht die richtige Richtung. Halt hier. Mein Ohr tut weh. Solltest du vielleicht mal aufhören zu spielen. Was? Solltest du vielleicht mal aufhören zu spielen. Nee, das ist ja nicht wegen Spielen. Ich weiß. Ich werde angeschossen. Ja, ich weiß warum. Ja, das muss erstmal kommen. Ich gehe auf den Berg. Weil hier letztens einer voll reingeschrieben hat. Ich habe einen Sniper. Ich habe einen Sniper. Ich komme mit mir auf den Sniper. Mit mir finde ich hier einen Sniper drin in der Kiste. Ich habe einen Sniper. Ah, mein Glück hat mich verloren. Ich habe noch einer. Stopp! Ich mache die Ködergranaten. Ich habe einen Sniper. Ich habe noch einen Sniper. Ah! Hilf mir! Einen habe ich. Ja, da kommt noch eins noch. Ich fiel erst mal Bento. Hä? Da kommen noch viel mehr. Oh shit. okay oh my god Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ich bin recht tot. Ja, ey. Ich lebe aber noch! Ihr müsst nicht nur den Loot holen, ich lebe auch noch. Wo bist du denn? Hallo, ich bin auch noch da. Warum bist du? Nee, ich möchte, denn du kannst die, wenn du willst, die ist da. Ja, ich lebe mir noch den Link zu. Shit, ich muss nicht bauen, ich habe nicht so viel Leben. Ist mir egal, ich kann so nicht draveln. Vielleicht hole ich, ich hole dich bald. Ich musste meine Pumpgun aufgeben, um den Gravel noch zu haben. Auf! Auf! Fahrt's! Da ist er irgendwo bei mir oder was. Da ist er. Er geht zum Wagen. Er geht zum Wagen. Ja hier ist er. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Auf ihn down. Ja hab ich. Wow und ich wurde gesniped. Ey? Ja schon wieder. Ich weiß nicht von wo. Ist auch ein Sniper. Wer kann noch den Mockets mitnehmen? Der ist hinterm Wagen. Der ist hinterm Wagen. Der ist hinterm Wagen. Dafür nehm ich die Tommiegarns. Ja, Mann. Nix ist rot. Sieh. Ich habe einen Sniper. Ja. Wow, hinterm Baum steht auch noch einer. Ich weiß. Den habe ich gar nicht gesehen. Der welchen Baum? Ach, da drüben? Ja. Der hat mich mir 5 HP abgeschockt. Ich habe ihn getroffen. Den anderen habe ich auch getroffen. Ah, beleg dich doch nicht. Ich glaube, das ist eine Runde. Oh mein Gott. Hat jemand gleich noch Blue Light für mich? Ich habe einen Wettkett. Er schwimmt weg. Er schwimmt auf die andere Seite. Komm mal aus dem Tresor. Nee, doch nicht. Wohl doch. Der ist down. Der ist down. Aber wir müssen ja jetzt in die Sao. Aber wo ist? Aber es gibt da eine Katze. Mein Gott, ich bin da los. Schwimmt so gut. Die Katze ist da hinterm Berg, ey. Oh. Bei mir. Und ich muss mir auch gehen. Hinter welchen Berg. Hinter welchen. Da. Ah, Mann. Ich habe ihn getroffen. Und der nicht. Ich habe ihn. Ich habe ihn für dich. Ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn, ich habe ihn. Was ist das, Papa? Gut nach. Hey, wie gut nach. Ich spiele gerade mit Sascha und Wente. Ja, für's war. Naja. Schönen Grüße. Ja, ich komme gleich. Wie fühlt man das da oben, Sascha? Oh, da oben ist einer. Oh, da oben ist einer. Oh. 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 Oh, da oben ist einer. Oh, da oben ist einer. Läser Papa hat ihm die den Läser gegeben Der Papa geholt Aber ein Shit Bam Hab ihn Aber nicht pushen Hä? Äh du meinst du nicht Ah da ist einer Hä? Ah da ist einer Ja Den anderen auch Ah Hier sind beide down Howl Howl hier Hier unten Hier ist keiner Die heilen sich selber gerade Oh Oh my god Oh my god Can I come for sure? Oh 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 my god Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Oh Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god